Das hier hinter mir, das ist die Flensburger Innenförde. Viele meiner Filme beziehen sich ja auf die Flensburger Förde, ihre Geschichte, Zeitgeschichte, ihre Gegenwart, interessante Menschen und Orte. Beispielsweise in unserem Film Fördeland 1, ja, da geht es um die Flensburger Innenförde und in Fördeland 2 um die Flensburger Außenförde. Ja, oder unsere Wissenschaftsdoku Eiszeit. In diesem Film erfahren Sie, wie diese Landschaft, wie das hier alles eigentlich entstanden ist. Wir bieten Ihnen heute Videos in verschiedenen Variationen an, beispielsweise als klassische DVD, aber auch im moderneren Video-on-Demand-Verfahren, dem Streaming. In dem Zusammenhang haben wir eine ganz neue Website für Sie geschaffen, nämlich förde-video.de. Ich würde mich freuen, Sie mal auf unserer Website begrüßen zu können. Dort finden Sie zu jedem Film, den wir anbieten, natürlich auch einen Trailer. Sie können in Ruhe stöbern und aussuchen. Ja, und vielleicht das eine oder andere Interessante für Sie finden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020